Liebe Freund, ich ist euer Steinballen. Willkommen zu Teil 4 meiner Videoreihe The History of History Games. Und wir bleiben diesmal im Jahr 1994 und kommen zu einem Spiel, das ich damals wirklich gesuchtet habe. Ich habe es geliebt, und zwar dieses Spiel hier. Oldtimer heißt es. Erlebte Geschichte Teil 2. Die Simulation der Automobilgeschichte von 1886 bis 1929. Ja, ihr werdet euch fragen, warum Erlebte Geschichte Teil 2? Gab es auch irgendwie ein Oldtimer-Spiel vor 1886? Nein, natürlich nicht. Um das zu erklären, müssen wir über Max Design sprechen. Und das ist wirklich wichtig, denn es ist eines der wichtigsten Entwicklerstudios, Publisher der 90er Jahre. Und zwar ein österreichisches Studio, 1991 gegründet. Sie haben erst so ein paar Puzzlespiele gemacht und sind dann bekannt geworden, würde ich mal sagen, durch ein Spiel, das hieß 1869 Hart am Wind. Und zwar war das eine klassische Wirtschaftssimulation im Zeitalter der endenden Segelschifffahrt, kann man glaube ich sagen. Es beginnt irgendwie 1854 und dauert 25 Jahre das Spiel und man spielt einen klassischen Räder und muss eben handeln und Gewinne machen. Und das Ganze ist umrahmt oder einbezogen sind dort viele historische Ereignisse. Und das Jahr 1869 ist deshalb markant, weil das das Öffnungsdatum des Suezkanals ist. Wie auch immer, dieses Spiel hat also durchaus Erfolg gehabt und sie haben dann fortgesetzt ihre Arbeit in diesem Genre und haben dann eine weitere Legende mitentwickelt zusammen mit Neos Software, nämlich Der Clou. Ein wunderbares Spiel, in dem man so eine Art Einbruchssimulator ist das gewissermaßen. Wobei das weniger um Geschick ging, sondern auch um taktische Vorbereitung, Planung, Überlegung, welche Leute kommen mit. Man musste die Örtlichkeiten ausspionieren und so weiter. Also ein wirklich spannendes, hochinteressantes Spiel. Und das war glaube ich schon im Jahr 94 oder 93 und dann schloss sich im Jahr 94 eben dieser Nachfolger zu 1869 an, der aber sowohl von den Spielmechaniken als auch inhaltlich jetzt nichts mehr damit zu tun hatte, Oldtimer. Bevor wir gleich zu Oldtimer kommen, müssen wir noch ein bisschen weiter über Max Design sprechen, denn die haben natürlich weitergemacht. Oldtimer war durchaus ein Erfolg, aber danach ging es dann erst richtig los, denn sie war gewissermaßen die Anno-Reihe mitbegründet. Sie waren es, die zusammen mit Sunflower das erste Anno, Anno 1602 entwickelt haben. Und das war das bis dahin erfolgreichste deutsche Spiel überhaupt. Ich glaube, das war das erste, das die Marke von zwei Millionen Verkäufe geknackt hat. Sie waren dann noch an der Entwicklung des Nachfolgers mitbeteiligt. Und dann, wie das genau ablief, kann ich heute nicht mehr recherchieren. Vielleicht weiß das jemand, aber Sunflowers hat dann wohl Anteil von Max Design gekauft. Max Design hat sich zurückgezogen irgendwie aus dem Geschäft und dann hat Sunflowers das Ganze übernommen. Und dann ist die Serie dann entsprechend weitergegangen in andere Hände. Aber da lag der Ursprung drin. Und insofern ist das eines der wichtigsten Studios zusammen mit Ascron, die eigentlich in den 90er Jahren wirklich genreprägend und bildend gewesen sind. Das hat sogar im amerikanischen oder im englischen Sprachraum einen Begriff, nämlich German Games. Das waren also diese Spiele, Oldtimer, Patrizia, dann Anstoß und diese ganzen Wirtschafts-Simulationen, die es damals gab. Natürlich dann auch Anno und Siedler und sowas alles. Ja, das war die große Zeit. Diese 90er Jahre und Max Design, die haben das Ganze mitbegründet. Und ich denke, wir gucken uns mal kurz an, was hier drin ist in der Schachtel. Das ist tatsächlich also eine wirkliche Originalschachtel. Hier sieht man noch den Originalpreis sogar. Kann ich vielleicht ran zoomen. Macht er das scharf? 109 DM. Ganz schön fett. Ich staune jedes Mal wieder. MS-DOS Multimedia CD-ROM. Das ist also die CD-ROM-Version. Es gab das noch in Disketten-Versionen. Ja, stimmungsvolle, großflächige Animationssequenzen, atmosphärische Hintergründe, Filmsequenzen und über 90 Minuten Soundtrack belegen eindrucksvoll, wie das Medium CD-ROM spielerisch und technisch ausgereizt werden kann. Ja, drinnen war natürlich das Spiel auf CD-ROM. Das ist jetzt wenig spektakulär, auch wenn es ganz hübsch gestaltet ist mit so einem Tachodesign, die CD selbst. Dann befindet sich hier sogar noch eine Originalgarantiekarte drin. Erstaunlich. Naja, ist jetzt nicht so spektakulär, gebe ich zu. Aber das hier ist umso spektakulärer. Nämlich das ist das mitgelieferte Handbuch in Hardcover, Leute. Und ich war ja schon bei dem Axis of the Deep Spiel erstaunt über dieses wirklich fantastische Handbuch. Aber das setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Denn das ist sozusagen auch nochmal gestalterisch richtig, richtig gut. Und das folgt dem gleichen Prinzip, dass hier also am Beginn zwei Drittel des Handbuchs besteht darin, dass wirklich die Automobilgeschichte von den Anfängen bis in die 20er Jahre hier verfolgt wird und erläutert wird. Und zwar auf wirklich interessante Art und Weise. Also das ist toll recherchiert, toll aufgeschrieben. Und man merkt also auch an diesem Untertitel erlebte Geschichte, diese Spiele hatten irgendwie noch, also da wollte man auch irgendwie immer ein bisschen Wissensvermittlung mitbetreiben. Das finde ich sehr sympathisch, wie ihr wisst. Aus dem Vorwort lässt sich vielleicht noch ein wunderbarer Satz zitieren. Doch die Beziehung vom Menschen zum Auto enthielt immer eine gefühlsmäßige Unvernunft, die eine innere Antwort zu unseren Ansprüchen auf Selbstbestätigung, Abenteuer und Freiheit widerspiegelt. Findet man solche Sätze heute noch in Handbüchern? Ich glaube nicht. Auch deshalb liebe ich diese alten Spiele irgendwie. Ja, worum ging es eigentlich in Oldtimer? Es ging darum, dass man ein Automobilunternehmen quasi von Beginn an aufbaut, indem man Fertigungsanlagen baut, indem man Forschungsanlagen baut, indem man Lagerhallen baut. Und dann musste man, und das war das Besondere, Prototypen entwickeln, also Autos aus Bestandteilen Motor, Fahrwerk und Karosserie zusammenbauen. Verschiedene Typen, Kleinwagen, Mittelklasse und Luxusautomobile. Dabei geht es, wenn es 1886 losgeht, natürlich ganz, ganz simpel los. Das heißt, da war an Luxus noch nicht zu denken. Also wir reden über 5 PS Motoren, die 30 kmh fuhren. Und mit der Zeit kommen dann technologische Entwicklungen ins Spiel, die es dann ermöglichen, bessere Dinge dort zu bauen. Man kann die auch selbst erforschen. Man kann Ingenieure einstellen, die dann Bauteile erforschen, sodass man am Anfang noch Bauteile einkaufen muss, aber später selber diese Bauteile herstellt auf seinem Fabrikgelände. Und da wird das Management dann ein bisschen komplexer. Das heißt, man muss immer für genug Zuliefermaterial sorgen. Und man muss die Preise im Blick halten. Man muss dann die Autos natürlich auch verkaufen. Man kann Filialen, Verkaufsfilialen öffnen in ganz Europa. Dann spielen bestimmte historische Ereignisse eine Rolle. Also wenn der Erste Weltkrieg ausbricht, dann wird man, wenn man in Deutschland startet, man kann auch in anderen Ländern starten, nicht mehr mit Frankreich und Großbritannien handeln können und solche Dinge. Das Ganze hat eigentlich ein ganz simples Grundprinzip, aber es erzeugte so etwas von ein Flow, kann ich euch sagen. Es machte unglaublich viel Spaß, immer wieder neue Modelle zu entwickeln, dann den Preis auszutarieren, zu überlegen, wie viel Werbung mache ich damit und zu sehen, wie dann die Wachstumsraten steigen. Und dann irgendwie erreicht das einen Peak und dann geht es runter. Und dann musste man schon eigentlich in die nächste Entwicklungsstufe investiert haben, die nächste Fertigungslinie fertig haben, um das neue Modell rauszubringen. Sehr, sehr einfach eigentlich vom Grundprinzip, aber sehr, sehr fesselnd. Und ich hatte gedacht, okay, das ist vielleicht ganz viel Nostalgie dabei, aber ich habe es ja jetzt natürlich wieder angespielt hier für diese Videoreihe und das Feuer war sofort wieder da. Das Spiel funktioniert immer noch und macht immer noch große Freude. Ihr werdet das sehen. Mehr kann man eigentlich auch darüber nicht sagen, denn man muss es dann mal sehen. Ja, und deshalb wird es wie gewohnt hier zu dieser Reihe auch eine Art Let's Play, Mini-Let's Play geben. Und das wird auch mehr als eine Folge sein, weil wie gesagt, ich war sofort wieder drin und kann das nur empfehlen. Also schaut euch das ruhig mal an, wie das in der Praxis aussieht. Zum Schluss kann ich nur sagen, kann ich nur mein Bedauern ausdrücken, dass diese Art der Spiele, diese German Games irgendwie untergegangen sind. Ich weiß nicht, was mit den deutschen Spieleentwicklern passiert ist. In den 90ern würde ich mal sagen, konnten wir irgendwie mithalten. Hatte ich zumindest das Gefühl, was das betrifft. Aber die Zeiten sind irgendwie vorbei. Und selbst die Zeiten für solche Spiele sind irgendwie vorbei. Obwohl, warum eigentlich? Also es gibt seitdem, glaube ich, nichts, was in diese Richtung geht. Es gibt jetzt eine Sache, die im Early Access ist. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Ich recherchiere es nochmal. Aber auch das geht in eine ganz andere Richtung. Also eher ein bisschen in die technische und produktionstechnische Richtung. Hier geht es eher um die Wirtschaftssimulation dabei. Ich finde nach wie vor diese Art der Spiele wahnsinnig fasziniert und bin ein bisschen traurig. Und ich könnte mir vorstellen, aber das habe ich schon bei so vielen Spielen gedacht. Zum Beispiel bei Imperialismus. Warum nimmt sich nicht ein Entwickler, der es kann, mal den Mut macht, eine Crowdfunding-Kampagne, wo man sagt, ich mache ein neues Oldtimer, ich mache ein neues Imperialismus oder keine Ahnung. Diese Spiele, die so vermisst werden, wie ich finde, ich glaube, die würden auf Anhieb ausreichend Unterstützer finden, um so ein Projekt durchzuziehen. Und hier braucht man noch nicht mal irgendwie eine Gegner-KI großartig programmieren. Das ist sehr simpel. Wenn es mit zeitgemäßer Grafik ist, ich würde es sofort spielen. Vielleicht eine kleine Inspiration. Ansonsten verabschiede ich mich. Ich freue mich schon auf das nächste Spiel, auf das nächste Video. Und werde jetzt glaube ich mal weitermachen, Oldtimer, denn ich habe erst drei Folgen aufgenommen und es muss weitergehen. Eine A-Klasse habe ich entwickelt, eine C-Klasse. Und mal schauen, wie mein Unternehmen, ob es noch aufblüht oder ob ich untergehen werde. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinwein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017